Hi Leute und willkommen zu Fallout 4, einer neuen Let's-Bild-Folge. Wer hätte das gedacht? Aber unsere Patreons haben dafür abgestimmt. Unsere Patreons... Ich kann nicht mehr reden. Konnte ich das jemals? Das ist die Frage. Unsere Patreons wollten ein Fallout-Let's-Bild sehen. Sie wollten, dass es weitergeht. Die lange, lang eingestellte Reihe zu neuem Leben erweckt. Und jetzt ist es soweit. Fallout 4 Let's-Bild ist wieder am Stisse. Und wir, habe ich mir gedacht, als Einklang, werden jetzt mal eine kleine Tour machen und uns einfach mal anschauen, was so gebaut wurde eigentlich. Welche Projekte gibt es? Welche sind noch offen? Habe ich überhaupt noch alle Safe-Games? Und was machen wir eigentlich als nächstes? Und vielleicht, wenn wir dann noch Zeit haben in dieser ersten Folge, werde ich euch noch ein paar Mods zeigen. Beziehungsweise benutze ich eigentlich nur einen neuen Mod, der dafür aber extrem nützlich ist. Und uns wirklich das Bauen unglaublich erleichtern wird. Aber gut. Fangen wir mal hier an. Beim Wasteland-Museum. Ach ja, es ist ein bisschen neblig heute ausgerechnet. Aber man kann sich das Wetter nicht aussuchen, schätze ich mal. Äh, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier passt doch ganz gut der Nebel sogar zum Fahrhaber-Bereich. Ist der nicht irgendwie schon... Ich finde, der ist echt ganz schön geworden, oder? Schön dekoriert. Da könnte man mal gucken, ob man mittlerweile schon mehr neue Möglichkeiten hat. Durch die ganzen Mods und so. Die Kreaturen sind ja quasi eh schon gemoddet. Ich habe hier, glaube ich, angefangen, bevor es Mods gab, ne? Durch die Mods kann man das hier natürlich noch mal deutlich verschönern. Na gut. Hier haben wir unser Diamond City. Unser Diamond City-Bereich. Ein bisschen klein ist der geworden, ne? Aber im Grunde... Alles Wichtige ist da. Sogar gleich zwei... Äh... Baseball-Pets. Und die verschiedensten Baseball-Schläger. Ich finde, Diamond City wird hier schon ganz gut repräsentiert. Klein, aber fein. Und gegenüber haben wir natürlich... Ähm... Dingsdi-Boomsti. Good Neighbor. Ja. Auch ein bisschen spärlich, ne? Aber was soll man machen? Die Kunstgalerie. Natürlich. Und die Leiche, die man einfach nicht wegscrappen konnte. Jetzt ist sie Teil der Ausstellung. So kann's gehen. Ich hätt echt fast Bock am Museum weiterzubauen. Aber machen wir mal unsere Expedition weiter. Und dann schauen wir mal. Wo's uns noch hinverschlägt. Ah ja, natürlich. Die Raider-Gangs. Das Rudel. The Pack. Das ist schön. Und da gegenüber... Wie heißen sie gleich nochmal? Naja, diese krassen Psychopathen-Kerle. Und die Supermutanten. Ja, das ist schon gut. Dass wir hier einen Supermutanten platzieren durften. Dank eines Mods macht die Ausstellung so viel besser. Das war vorher alles ein bisschen langweilig und komisch. Ich mein, ja... Spiegelt schon ein bisschen den Lebensraum eines Supermutanten hier im Commonwealth wieder. Aber, hm... Aber jetzt hat man hier eine Hauptattraktion in der Mitte. Ein lebensechter Wachssuper-Mutant. Cool, cool. Schön. So, die Gunner sind hier natürlich noch repräsentiert. Die Kinder des Atoms. Ich glaub, das sind so generell einfach Raider, ne? Ohne irgendwie besondere Bewandtnis. Und die... Ach, wie heißen sie denn? Die Maschinen-Heinis halt. Ihr wisst schon. Die Maschinen-Heinis. Da haben wir noch die Far Harbor Raider. Die Trapper. Die Fallensteller. Genau. Sehr schön. Und die Fancy-Schmancies. Die Opportunisten. Die Kapitalisten. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Unternehmer. Ganz genau. Ist ja quasi das Gleiche. So. Und das kann ich mich alles noch erinnern. Aber was ist denn da oben gleich nochmal? Ach ja, genau. Da hab ich ganz viel Grünfläche gemacht. Ich weiß nicht mehr, warum. Wegen Krognack. Genau. Deswegen. Das alles ist quasi die Krognack der Barbar-Expedition. Äh, äh, Ausstellung. Ex-Exponat. Das Exponat wollte ich sagen. Nicht Expedition. Natürlich. Der, der, der Comic-Bereich sollte hier oben entstehen, bevor wir aufgehört haben. Ha, ha, ha. Warum hängt hier ein sehr komisches Kabel von der Decke? Oh, das könnte sein, dass hier irgendein Mod nicht richtig geladen wurde. Mit Spielautomaten. Ganz genau. Die Spielautomaten fehlen scheinbar. Ah, schade. Da müsste ich vielleicht mal gucken. So. Dann haben wir natürlich Silber Shroud. Klar. Und. Ha. Sollte der nicht Kleidung anhaben? Mich wundert es auch, dass der Schaukasten leer ist. Ha, vielleicht muss ich meine Mods, beziehungsweise in dem Fall, zusätzliche Add-on-Content-Dinger nochmal überprüfen, ne? Hm, da fehlt, glaube ich, was. Der Maschinist. Natürlich. Auch der ist ja ursprünglich eine Comic-Figur. Stimmt. Ach ja, cool. Schön. Ach ja, ich habe es ja schon erwähnt, ne? Das sind natürlich jetzt hier Patreon-Folgen. Insofern sind die natürlich extra lang. Also, es kommt zwar nur zwei die Woche, dafür sind die aber gleich, äh, jeweils ungefähr eine Stunde, so was. Deswegen haben wir auch Zeit, die wir uns nehmen können. Und hey, Leute, ich glaube genau, das mache ich jetzt schnell. Lasst mich mal kurz, wir müssen uns jetzt leider doch ein paar Ladezeiten quälen, befürchte ich. Aber lass mich mal kurz gucken, ob ich nicht vielleicht mal schauen kann, welcher, welche Inhalte fehlen und ob wir die nicht noch installieren können. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, die, äh, Spielhallenautomaten, genauso wie die Rüstung von dem Kerl da oben, die fehlt, müsste eigentlich quasi, wie heißt es denn, aus diesem, diese Bezahl-Mods, nicht die kostenlosen Mods, müsste das eigentlich sein. Da würde ich gerne mal schauen. Vorausgesetzt, wir kommen hier irgendwie wieder aus diesem Bildschirm raus. Ich meine, ich habe mir, ich habe schon, ne, ich habe schon das Spiel in meinem Kopf mir überlegt, dass wir zählen, wie oft das Spiel abstürzt pro Folge. Können wir so ein Rating machen? Wie oft wir das Spiel zum Crashen bringen? Ähm, mittlerweile sind allerdings die Ladezeiten und die Speicherzeiten teilweise schon extrem lange. Könnte also gut sein, dass das noch im normalen Rahmen ist, was wir hier sehen. Ich bin mir nicht sicher. Warten wir mal. Ich glaube, während des Speicherns ist es bis jetzt noch nicht abgestürzt. Das wäre, glaube ich, mal was Neues. Aber es müsste ja früher oder später der Blue Screen of Death kommen, normalerweise. Insofern können wir das laufen lassen. Ich habe mir übrigens gedacht, dadurch, dass wir leider kein Radio hören können, wegen Urheberrecht und so weiter, dass ich einfach ein bisschen Musik während der Let's Plays im Hintergrund laufen lasse. Und habe deswegen einfach mal ein paar Songs aus der YouTube Audio Bibliothek runtergeladen, die jetzt im Hintergrund einfach so ein bisschen mitlaufen. Und ich werde die Sammlung der Lieder wahrscheinlich ziemlich sicher nach und nach erweitern, damit mehr Abwechslung da ist. Aber jetzt ist es schon mal ein schöner kleiner Katalog von kostenlosen, lizenzfreien Songs, wie gesagt aus der YouTube Bibliothek, die einfach nebenbei so ein bisschen laufen. Und nee, ich glaube, da kommt nichts mehr. Starten wir das Spiel mal neu. Und jetzt mache ich die Musik aus, weil wir Konsolensound haben und dann hört der Konsolensound auf. Aber ich muss jetzt hier quasi noch ein bisschen DJ machen nebenbei. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss, glaube ich, noch mal in den Creators, Creation Club Dingens. Genau, Creation Club vielleicht. Und da die Sachen, die ich schon mal gekauft habe, beziehungsweise die kostenlos waren. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe kein, nee, nee, ich habe ziemlich sicher kein echtes Geld ausgegeben. Man hat ja ein paar Punkte geschenkt bekommen und da war immer mal was reduziert oder kostenlos. Das habe ich mir geholt, aber sonst ziemlich sicher nichts. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste lügen, aber ich glaube, ich habe nie echt Geld da reingesteckt. Naja, jetzt schauen wir mal. Ein Logen. Ein Logen. Aha. Kann ich da irgendwie... Ah ja, ganz hinten, gekauft. Im Besitz, im Besitz. Ja, aber ist das jetzt dann auch... Aha, Download, da haben wir es. Okay. Ich muss die ganzen Packs hier noch runterladen. Hey, währenddessen kann ich euch echt eine Leidensgeschichte, die ich heute durchgemacht habe, erzählen. Die seinesgleichen sucht. Ich wollte heute eben, wie ich es jetzt mache, Fallout 4 aufnehmen. Ne? Logisch. Deswegen mache ich es ja jetzt. Und habe am Nachmittag um 1 Uhr schon angefangen, das vorzubereiten und habe erst mal die Spieltist gesucht, weil natürlich... Warte mal, installiert. Ja, genau. Weil natürlich hatte ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Das war nicht in seiner Originalhülle, also begann erst mal die Suche. Ich musste erst mal das ganze Haus auf den Kopf stellen. Habe die Disc dann endlich gefunden. Habe die Disc dann eingelegt. Das Installieren hat dann erst mal ein bisschen gedauert. Startupdates runterladen und so weiter. Okay, passt schon. Alles gut. Habe das Spiel dann endlich nach einer halben Stunde oder so mitsuchen, wahrscheinlich eine Stunde oder länger, starten können. Dann starte ich das Spiel und will die ersten Mods installieren. Muss ich mich natürlich erst wieder beim Bethesda Network anmelden. Okay, suche ich da wieder meine Anmeldedaten, weil wie oft meldet man sich da schon an? Also ich zumindest nicht sehr oft. Also, habe dann die Anmeldedaten gefunden. Konnte mich einloggen. Wollten Mods runterladen, dann heißt es, ah, hier die Inhalte, die man braucht für diesen Mod, sind nicht installiert. Und ich so, hä? Wie jetzt? Habe ich nachgeguckt, habe gesehen, die ganzen Add-ons und DLCs sind nicht installiert. Also Spiel wieder ausgemacht, in Playstation Store gegangen, die ganzen Add-ons gesucht und alle runtergeladen. Erst mal natürlich eine Downloadzeit von, ich weiß nicht, viel zu lange. Ich habe dann nebenbei andere Sachen für den Kanal gemacht, während es runtergeladen hat. Natürlich war halt die Playstation blockiert, aber gut, meinetwegen. Naja, dann hat es runtergeladen. Ähm, hat ewig gedauert. Dann war alles installiert. Dann bin ich wieder reingegangen. Dann habe ich gesehen, die ganzen Mods, die ich schon hatte, sind aus irgendeinem Grund alle nicht mehr installiert gewesen. Also habe ich mir wieder alle Mods zusammengesucht und die alle wieder installiert. Alle einzeln rausgesucht. Zum Glück waren die meisten noch in meinen Favoriten. Dann habe ich eben nach diesem neuen Mod, den ich vorher schon erwähnt habe, den Place Anywhere Mod gesucht. Habe den dann zum Glück auch relativ schnell gefunden. Der heißt nur anders auf der PS4, was alles sehr verwirrend gemacht hat, aber gut. So, dann musste ich erst noch ein bisschen die Mod-Lade-Reihenfolge verändern, dass alles funktioniert. So, dann habe ich das Spiel gestartet. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Save-Games, die ich da habe, das muss ich Ihnen noch dazu sagen, ich habe nämlich früher auf einer alten PS4 gespielt, weil die aber so super laut war, dass wirklich während der Let's Play im Hintergrund auch immer ein sehr lautes Rauschen zu hören war, habe ich jetzt die neue Playstation, die wir mal kostenlos zu einem Fernseher dazu bekommen haben, hier im Zimmer stehen. Naja, gut, okay. Okay, also, habe ich jetzt auf der neuen Playstation, habe ich gemerkt, okay, ich habe die Save-Games gar nicht. Aber, warte mal kurz, neue Creations wurden heruntergeladen zum Fall, neuladen, ja genau, passt schon. Also habe ich, bin ich in die Cloud gegangen. Playstation, die Sony speichert ja die Save-Games in der Cloud. Habe ich mir gedacht, kein Problem, lade ich die runter. Dann habe ich die alle runtergeladen, habe die gestartet und habe mir gedacht, hä, komisch. Ich dachte, hier habe ich schon mehr gebaut und hä, die Baustelle, war das ein anderes Save-Game oder so? Nichts hat gestimmt, es war komisch. Dann habe ich gesehen, also dann hatte ich die Vermutung, dass die Save-Games, die ich da habe, irgendwie alt sind. Und bin dann ins Wohnzimmer gegangen, habe die alte Playstation angesteckt, habe die Disc natürlich vergessen, bin wieder ins Arbeitszimmer, habe die Disc geholt, habe sie in ein Wohnzimmer eingelegt, habe Fallout erst wieder installieren müssen. Dann musste die Playstation updaten, dann konnte ich endlich ins Spiel. Dann habe ich nachgeguckt, tatsächlich, die Save-Games in der Cloud sind nicht aktuell. Die sind teilweise schon Jahre alt gewesen. Also, habe ich die ganzen Save-Games von der alten Playstation erst wieder manuell hochgeladen. Das Hochladen... Okay, das müsste passen. Das Hochladen hat echt lang gedauert. Die Save-Games sind mittlerweile riesig. Wirklich. Verdammt nochmal. Das hat, glaube ich, fast eine Stunde gedauert. Und, ähm, nein, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, eine halbe Stunde hat es ungefähr gedauert, das alles hochzuladen. Dann war es hochgeladen, habe ich die Playstation im Wohnzimmer ausgemacht, habe natürlich vergessen, die Disc rauszunehmen, bin schon wieder umgezogen ins Arbeitszimmer. Ach, Fallout 4 Disc nicht dabei. Bin ich wieder zurück, Playstation wieder angemacht, Disc raus, Playstation wieder ausgemacht. Okay, bin ich mit der Disc ins Arbeitszimmer, habe es gestartet und wollte die Save-Games runterladen. Den kompletten Batzen. Alles, was da eine halbe Stunde hochgeladen habe, wurde, hatte, wollte, wie auch immer. Ich drücke auf Download, dann wird mir angezeigt, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 20 Stunden, dann plötzlich springt es auf 30 Minuten und dann plötzlich 8 Stunden. Ey, Quatsch, 80 Minuten. Und dann denke ich mir, boah, 80 Minuten, ey, na, aber meinetwegen, jetzt arbeite ich schon Stunden dran, dass ich Fallout 4 wieder zum Laufen kriege, so wie früher. Jetzt kann ich auch die 80 Minuten warten. Dann bin ich schnell in die Küche gegangen, habe mir ein Brot gemacht und bin ins Wohnzimmer, habe mit Merlin gequatscht und war so eine halbe Stunde weg. Kommt zurück, steht da 90 Minuten. Was ist passiert? Was ist in die letzte halbe Stunde passiert? Das ist 80, 90 Minuten. Wie kann man so, wie kann sich das so verschätzen? Naja, okay. Also habe ich den Download abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Habe mir nur die Save-Games rausgepickt, die von 2019 waren. Und nur die, die Auto-Save oder Quick-Saves oder Exit-Saves waren, weil ich mir gedacht habe, das sind garantiert die aktuellen. Und das hat dann auch nur eine halbe Stunde gedauert. Dann habe ich jetzt das Spiel gestartet, habe nochmal die Mod-Reihenfolge überprüft, weil da auch was nicht funktioniert hat. Und habe dann jetzt eben endlich diese Aufnahme gestartet. Und wie ihr jetzt seht, die Aufnahme läuft jetzt schon wieder, 20 Minuten war es das leider noch nicht. Denn offensichtlich mussten wir auch noch die Inhalte aus dem Creation-Workshop-Dingens runterladen, was wir jetzt getan haben. Und vielleicht, und ich lüge nicht. Ich habe zwischendurch mal gegessen, es gab Download-Zeiten, die ich aussitzen musste, okay, und so weiter. Aber ich lüge echt nicht, es ist jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, 1.11 Uhr und ich habe um 13 Uhr angefangen, Fallout 4 vorzubereiten. Ich habe die Wartezeiten immer wieder genutzt für andere Sachen und so. Es hat trotzdem zwölf Stunden gedauert, ohne Witz, dass jetzt alles hoffentlich, glaube ich, wieder auf dem Stand ist, auf dem es war. Und das wird es endlich weitermachen können. Und ich warte nur drauf, dass das Spiel jetzt gleich abstürzt, oder? Na, schauen wir mal. Das war eine Odyssee durch den Tag. Was für ein Montag, ey. Was für ein Montag. Naja. Ach, komm schon, Spiel. Jetzt mach das nicht, bitte. Mach das nicht. Mach das doch jetzt nicht. Das geht gut los. Das ist kein gutes Omen. Dabei war ich sogar, also ich habe mich wirklich gefreut. Ich freue mich auch immer noch. Das ist schon okay. Ein paar Startschwierigkeiten, das ist in Ordnung. Aber der Place Anywhere Mod, der heißt, glaube ich, Anywhere Tool. Genau. Ich glaube, der heißt Anywhere Tool, falls ihr den sucht. Ähm, da müsst ihr aber aufpassen, da braucht ihr noch einen alten Mod, damit Anywhere Tool funktioniert. Den alten Mod, der steht aber in der Beschreibung von Anywhere Tool. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, mit dem Mod, ich mach mal wieder ein bisschen Musik an. Ja. Fetzig. Also. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Doch. Mit, mit der Mod, ähm, kann man jetzt nämlich Objekte quasi frei verschieben. Das Ganze funktioniert nicht so gut wie am PC. Es ist limitiert. Äh, es ist ein bisschen klobiger, umständlicher, aber es funktioniert. Es funktioniert theoretisch. Und damit stehen uns ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung. Es wird epic, wenn es denn irgendwann mal funktioniert. Ähm, das heißt, ich werde jetzt das Spiel nochmal abschießen. Weil das kommt mir sehr, sehr komisch vor. Und dann starten wir das nochmal. Ach, Mann, oh, Leute. Aber ich bin jetzt auch gespannt. Jetzt muss ich nochmal kurz, wenn wir das Safecam hoffentlich jetzt laden können, dass die obersten Stockwerke des Museums mir kurz angucken. Weil ich sehen will, ob jetzt das alles funktioniert. Mit den Objekten und so weiter. Weil daran, wenn irgendwo komische Lücken sind oder irgendwas nicht stimmt, können wir auch sehr schön sehen, ob irgendwelche Mods nicht funktionieren. Also, dieser Rundgang hat quasi nicht nur den Zweck. Schon auch, aber nicht nur, dass man sich alles nochmal anguckt. Und so ein bisschen nostalgisch und so, ne. Sondern schon auch, um zu überprüfen, ob auch wirklich alles funktioniert. Also, Annelie gemoddet. Dann lade ich halt mal das andere Safegame. Das ist irgendwie nur drei Minuten älter. Vielleicht funktioniert das. Also, ich meine, wir haben ja vorher auch schon das andere geladen. Das müsste schon passen. Die paar Mods, das sieht zwar nach einer ordentlichen Liste aus, aber das sind lauter kleine, blöde Mods, die man nicht wirklich braucht. Und ich habe mir gedacht, die lasse ich jetzt raus. Die sind vor allem eher, wenn man wirklich Abenteuermodus spielt. Also, wenn man wirklich das Spiel spielen will und weniger, wenn man hier nur bauen will. Die brauchen wir alle nicht. Deswegen habe ich die rausgenommen, damit das Spiel auch ein bisschen stabiler läuft. Aber, naja. Würde ich sagen, naja. Ob das funktioniert hat, wer weiß. Nicht so richtig. Eins, zwei, eins. Ich glaube wirklich, mit dem Charakter, mit der Annelie, habe ich wahrscheinlich 80 Level durchs Bauen zusammengekriegt. Vielleicht, wirklich. Naja, ich habe schon auch komplett durchgespielt, alles und so. Aber sagen wir 60 Level. Die Hälfte wahrscheinlich nur durchs Bauen. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Wer weiß. Möglich. Ach ja. Ist schon cool. Okay. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Oh, wir werden so viel Ladezeiten haben. So viel Abstürze. Ich habe es ganz vergessen. Ich habe es verdrängt. Pre-Bar-Settlement-Item. Okay. Was one of the first ever pre-Bar-Settlement-Item-Mods. That was available on Xbox One and PlayStation 4. Ach was, habt ihr das gesehen? Der wurde erst 2018 wieder upgedatet. Ich weiß gar nicht, ob ich dann die geupdateten Items kenne. Ah, yeah. Ah, yeah. Es hat gefunst. Rocked. Leute. Rocked. So, jetzt lasst uns mal gucken. Ah ja, guck. Da haben wir. Das ist gleich. Das sieht gleich ganz anders aus. Hier haben wir nämlich die ganzen Comic-Covers zum Beispiel. Die haben auch gefehlt. Hier haben wir auch noch ein schönes Conan-Artwork. Conan, sage ich schon. Kroknak natürlich. Und hier sind natürlich die Arcade-Automaten. Damit man den Klassiker auch einfach spielen kann. Na, das gefällt mir schon besser hier. Ja, jetzt sieht das hier auch nach was aus. Genau. Mensch. Sehr schön. Cool. Ja, das ist jetzt dann schon viel besser hier, ne? Und hier haben wir nämlich auch noch Automatron. Das ist hier gar nicht richtig. Also ich meine... Ja, es passt schon. Schön. Finde ich schön. Okay. Naja, gut. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hier zwei... Elektro... Ah, Roboter-Reparatursatz. Ich verstehe. Sorry, ich war doof. Ich dachte, das sind so... Feed-Treiber-Elektro-Schock-Scheiß-Dinger. Okay. Alles klar. Na gut, so viel zum Wasteland-Museum. Das ist ja eigentlich echt ganz cool, ne? Mir gefällt das schon. Ich finde das immer noch schön. Immer noch schön, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, hier wollte ich eigentlich noch draufschreiben, was man sieht, ne? Das wäre gar keine blöde Idee, Schilder zu machen. Ich immer mit meinen 100 Ideen und meiner Umsetzung von 10% davon oder so. Weil ich immer so... Weil ich immer so... Ich bin so ein... Ich bin ein Träumer. Ich denke mir immer... Ich denke mir immer... Oh, das wäre toll, wenn wir das noch machen könnten. Und das wäre auch toll. Und hey, ich habe hier noch eine Idee. Und wollen wir nicht... Und die und das. Aber ich kann überhaupt nicht alles machen von dem, was ich den ganzen Tag so machen will. Und noch dazu... Das kommt noch erschwerend hinzu. Muss ich zugeben. Habe ich oft auch nicht die Ausdauer. Manchmal mittendrin nach so Großprojekten denke ich mir dann... Okay. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Mittendrin während so Großprojekten denke ich mir dann... Okay, nee. Scheiße. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Ich hätte kleiner anfangen sollen. Nein, jetzt stürzt es nicht wirklich ab, Mensch. Das war ein Scherz. Warte mal. Ich mache mal kurz die Musik aus. Ah ja. Wenn ich das Spiel sehr laut mache, hört man den Wind noch wehen. Also so ganz gecrasht ist es noch nicht. Ist der Controller nur kaputt? Nee, der Controller geht. Schade. Also ich meine gut, dass der Controller nicht kaputt ist. Ach, ich hätte wirklich gedacht, dass unsere erste Folge ein bisschen feierlicher wird als das hier. Das Spiel ist kaputt. Es ist kaputt gemoddet. Es ist zu groß. Ich habe zu groß, zu viel gebaut. Überall. Ich wollte nämlich eigentlich schon fast sagen, bauen wir doch das Museum weiter, aber vielleicht scheitert das einfach an den Limitationen der Hardware. Und vielleicht auch der Software. Ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht einfach jetzt schon zu viel. Zu viel, was er laden muss. Zu viel, was er berücksichtigen muss. Und dann geht er einfach in die Knie. Ich habe halt irgendwie echt nicht unbedingt super viel Bock, das Spiel alle 10 Minuten komplett neu starten zu müssen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, erstens sehr oft speichern, klar. Und zweitens sollten wir wirklich uns eine Baustelle suchen, die kleiner ist. Ich glaube wirklich, ich war mir nicht sicher, was wir eigentlich genau machen in diesen Let's Builds. Ich habe mir gedacht, ich lasse das mal auf mich zukommen. Wenn mich die Muse küsst, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann machen wir das. Aber jetzt, wo das Spiel wirklich schon von Anfang an so sehr spinnt und das, obwohl ich wirklich Mods reduziert habe und wirklich wegen der Reihenfolge geguckt habe, aber die könnte man noch optimieren, vielleicht mal schauen, denke ich mir schon, vielleicht wäre es doch sinnvoller, wenn wir uns ein ruhiges, leeres Plätzchen suchen und ein neues Projekt anfangen, wirklich. Ich glaube, dann hätten wir die besten Chancen, dass noch was geht, dass noch was lädt. Nichtsdestotrotz gibt es mindestens noch zwei Orte, die ich mir gerne noch ansehen würde, in dieser katastrophalen Folge, die wir hier gerade aufnehmen. Und zwar, und das wird wirklich gefährlich, ich weiß, aber die Vault. Ich würde mir so gern die Vault 88 anschauen. Und den Vorhof, den wir gebaut haben. Weil... Ich glaube, dass das ziemlich cool ist. Oh, ich würde es so gern in der Vault weiterbauen, wenn es irgendwie gehen würde. Aber es geht nicht, es geht nicht. Die Vault war quasi schon so kaputt, wenn ihr euch erinnert, dass ich die nicht mehr betreten konnte. Und nachdem ich alle NPCs oder zumindest viele NPCs rausgeschickt habe, ging es dann wieder einigermaßen. Aber es ist immer noch gefährlich. Und leider ist die Vault an manchen Ecken und Kanten immer noch sehr kahl und leer. Und da könnte man noch so viel machen. Aber, also, ne, vom Gestalterischen her würde ich da gern noch so viel machen. Aber vom, es ist unrealistisch, es geht einfach nicht mehr. Da geht nichts mehr rein. Die Vault ist tot. Also, bis zum Anschlag. Das Spiel stürzt ständig ab in der Vault. Trotzdem will ich da reingehen. Ich weiß, auf die Gefahr hin. Ja, ja, ich weiß. Diese Folge hier, diese erste Folge, ist ein Ladebildschirm-Simulator. Load Screen the Game. Aber, so ist das. Auch das gehört zur Let's Build Experience. Was wäre ein Landsquid Bird Rider Let's Build Fallout 4 Video ohne Abstürze und ohne Blue Screens? Wir hatten noch gar keinen Blue Screen. Ich hatte heute schon einen. Aber da habe ich noch nicht aufgenommen. Naja, schade. Wir hatten einmal einen Freeze, einen Hardlock Game Freeze oder so im Ladebildschirm. Und einmal im Spiel jetzt. Schade, schade. Naja. Und. Ja, okay. Okay, okay. Okay. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt mal. Keine Ahnung. Haben wir ein neues Save Game. Ist vielleicht gut. Äh, Quatsch. Äh, sowas. Genau. So. Was schauen wir uns denn an? Okay, hier haben wir das Museum. Das ist klar. Ich kann mich erinnern. Schauen wir mal nach Sanctuary. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Save Game mit ihr, mit der Annelie in Sanctuary, großartig was gebaut haben. Ich kann mich schon daran erinnern, dass ich da ein bisschen was gebaut habe. Aber eher so eine ganz low, chillig, so Standard-Settlement. Jetzt mit dem neuen Mod könnten wir tatsächlich versuchen, die Häuser in Sanctuary zu renovieren. Weil die sind ja eigentlich sehr, sehr stur, sehr problematisch. Mit dem Standard-Editor kann man da eigentlich kaum was machen. Oder haben wir alle Häuser abgerissen? Ich glaube, ich habe ein paar Häuser abgerissen. Ne, warte mal. Nur die Trümmerhaufen, oder? Wir werden es gleich sehen. Hoffentlich. Hoffentlich werden wir es gleich sehen. Und nach der Schnellreise, weil Schnellreisen sind immer gefährlich mittlerweile, bei dem Save Game, werde ich sofort schnell speichern. Das ist eine gute Idee. Ah ja, da, guck mal, der Roboter-Reparatursatz, den ich gerade für so einen Feed-Treiber gehalten habe. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schrecklich, dass man wirklich so Elektroschocker benutzt, um Kühe? Also, unglaublich. Menschen sind so eine abgefuckte Spezies, ey. Schnellspeicher-Vorgang, bitteschön. Mach das. Okay, schauen wir uns mal um. Ja, guck mal, hier ist, ich meine, ist schon nett eingerichtet. Aber da ist noch, da kann man aber, hallo. Wir können jetzt mit dem, aber ich habe, ich habe spontan 100.000 Ideen. Aber gut, klar, man muss ja auch sagen, dass das hier mein, also ich habe Annelies ja meinen Hauptcharakter. Ich habe mit der das Spiel komplett durchgespielt und alle Mods gespielt, DLCs gespielt und sowas. Und das hier war einfach auch wirklich lange meine Basis. Deswegen stehen hier noch so viele Kisten, weil ich hier sehr viel einsortiert und eingeräumt habe. Und das Überlebens-Let's Play war ja eben auch hier mit diesem Safe-Game. Ich habe Sanctuary im Grunde erst dann, als ich mit dem Museum angefangen habe, ausgeräumt. Beim Museum ist ja quasi der große Lagerraum, wo alle Items, die ich jemals gesammelt habe, gelagert werden in Kisten. Aber ursprünglich war das hier meine Hauptbasis im Endeffekt einfach. Ja, ja. So war das. Hallo, Händler. Hallo, Händler. Aber mich wundert es, dass ich hier nicht mal die Büsche aufgeräumt habe oder so. Ja, aber tatsächlich. Es kann schon sein, dass wir mit Annelies Sanctuary nie wirklich... Ich glaube, wir hatten auch nie ein großes Projekt in Sanctuary. Okay. Sanctuary renovieren. Das wäre ziemlich cool. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt passt mal auf. Ich aktiviere mal... Ach so, warte mal. Habe ich schon schnell gespeichert? Ich speichere mal. Jetzt zeige ich euch mal diesen Mod. Wie der funktioniert hier auf der Playstation 4. Ich weiß jetzt schon, der wird mich in den Wahnsinn treiben. Weil der teilweise schwer zu kontrollieren und ein bisschen knifflig ist. Aber sollte sich das Baumenü jemals öffnen, kann ich euch den jetzt mal vorführen. Ach Gott sei Dank. Danke. Also, der funktioniert im Grunde folgendermaßen. Wir gehen jetzt zum Beispiel... Wir suchen uns eine Holzwand, die wir schön finden. Zum Beispiel die hier. Warum nicht? Könnte man mal versuchen. Und jetzt... Naja gut. Also so standardmäßig lässt man das Spiel das nicht wirklich platzieren. Und jetzt gehen wir mit der Holzwand am besten irgendwo hin, wo möglichst nichts anderes in der Nähe ist. Und ich platziere die hier mal. Und jetzt... Das hätte ich vorher machen können, aber ist egal. Jetzt suche ich unter Special Items mal... Den... Ja, da haben wir ihn. Den... Swapapa... Initiator. Ja, fragt mich nicht. Und den platziere ich hier. So. Und jetzt klicke ich... Ne, das ist der falsche. Das ist genau der falsche. Wartet mal. Weil es gibt da eben, wie schon gesagt, das ist der ältere Mod. Den muss man aber installiert haben, damit der neue funktioniert. Das ist... Verzwickt. Genau. Dem Part-Tool. Ne, warte mal. Das ist er auch nicht. Oder? Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich hatte das heute schon gemacht. Der Vorführeffekt. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ah, das Place Anywhere Tool. Den brauchen wir ganz genau. So. Und jetzt klicke ich den an. Und platziere ihn hier. Dann kommt... Activate Place Anywhere. Und jetzt klicke ich ihn nochmal an. Genau. Und jetzt haben wir die Wand. Aber die Wand ist jetzt komisch glitschig. Und wir können die überall hinbewegen, wo wir wollen. Weil das halt irgendwie komisch ist. Also absichtlich. Und jetzt kann man die tatsächlich wirklich überall platzieren, wo man will. Und ich versuche die jetzt einigermaßen schön hier rein zu glitschen. Damit die gut mit dem anderen abschließt. Das... Na, nicht ganz. Ich muss auf die... Auf die Streben achten. Ja. Ja, das könnte passen. Okay. Jetzt platziere ich das mal. Ich finische das Placen. Und nehme den Stock wieder weg erstmal. Platzieren mal hier. So. Und... Tada. Wir haben das Haus ein bisschen renoviert. Aber ehrlich gesagt... Ne. Steht ein bisschen... Obwohl, könnte man schon... Na, aber das Fenster gefällt mir nicht. Das ist nicht optimal geworden. Aber okay. Der Vorführeffekt hat schon gepasst. Das Problem ist... Zumindest das Problem, das ich damit hatte. Das teilweise... Ah, diesmal hat es funktioniert. Aber teilweise werden Items genutzt. Also genommen. Die man eigentlich nicht nehmen will. Äh, die eigentlich... Ähm... Wie soll ich sagen? Viel weiter hinter dem Objekt stehen, das man eigentlich gerne hätte. Und das ist schwierig. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, nervig. Aber gut. Wir werden schon damit klarkommen. Hey. Sanctuary Renovierung. Sanctuary Renovierung. Wäre wirklich ein Projekt. Ich glaube, das würde mir gefallen. Ein paar Büsche weg. Die hässlichen Büsche weg. Ah, da muss ich mal kurz gucken. Ich habe den, glaube ich, installiert. Mal schauen, ob er funktioniert. Ähm... Scrap. Oh, nee. Der funktioniert nicht. Oh. Da muss ich aber mal gucken. Ich habe den ziemlich sicher installiert. Den Scrap Everything Mod. Na, da müssen wir dann... Das mache ich aber dann zur nächsten Folge. Weil das ist sonst... Aha, warte mal. Ah. Ah, die Bäume. Nee, aber das ist normal, ne? Nee, nee, genau. Ich brauche da schon den. Da muss ich mal gucken, dass ich den Mod noch finde. Aber gut. Der Place Anywhere Mod ist natürlich jetzt super, oder? Das ist schon... Der ist Gold wert. Das ist der Wahnsinn. Die Möglichkeiten, die wir jetzt damit haben, sind unbegrenzt. Und damit meine ich vielfältiger als vorher. Gleichzeitig... Wird es tricky und eventuell auch ein bisschen nervig. Weil jetzt haben wir... Wenn ich jetzt das hier mit dem Place Anywhere Mod später noch schön platziere... Haben wir jetzt hier so ein gelbes Zwischending zum Beispiel, ne? Genau das... Das sind so die Probleme, die dann entstehen. Weil dann das richtige Teilfinden, das man hier schön reinstopfen kann... Das sind die Herausforderungen. Aber ohne Herausforderungen wäre es ja langweilig. Aber ich sehe jetzt schon ein glorreiches und wunderschönes Sanctuary vor mir. Wenn das alles so einigermaßen so funktioniert, wie ich das gern hätte. Oh, das wird gut, Leute. Das wird gut. Ja, genau. Und natürlich können wir dann auch die Türen nämlich so platzieren, wie wir wollen. Wir können endlich in die Innenräume überall Türen hinbauen. Und alles wird wunderschön. Ich freue mich. Das ist echt super. Und natürlich der für die PS4 unverzichtbare USO-Mod. In seinen vielen Variationen, Add-ons und Gestaltungsmöglichkeiten. USO bietet so viel zusätzliche Möglichkeiten, dass es absolut crazy ist und bekloppt. Und super. Ich meine, theoretisch könnten wir die Häuser auch mit dem Scrap-Mod komplett abreißen und neu bauen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, die Idee, dass wir versuchen, die so ein bisschen zu restaurieren und ein bisschen schöner zu machen, gefällt mir gerade eigentlich sogar besser. Mit Beton. Ne, es sollten schon schöne. Wenn schon, dann machen wir es schon. Dann richtig. Wenn schon restaurieren, ne, dann... Dann schön. So zum Beispiel. Tada! Naja, Work in Progress und so. Aber, äh, ne, grundsätzlich... Ihr seht schon, wo... Wo meine... Meine Vision hingeht. Oh, Sanctuary. Ich hab große Pläne mit dir und deinen abgeranzten Scheißhäuschen. Das werden abgeranzte Premium-Häuschen, wenn ich mit dir fertig bin. Na gut. Äh, das ist eine gute Idee. Die behalte ich mal im Hinterkopf. Aber, wie ich vorher schon gesagt hab, Ich hab viel zu viel, viel zu schnell und viel zu gerne Ideen, von denen ich viel zu begeistert bin. Und letztendlich, äh, kann ich dann immer nur die Hälfte umsetzen. Und von der Hälfte, die ich umsetzen kann, will ich letztendlich die Hälfte gar nicht umsetzen oder so. Naja. Trotzdem halte ich das für eine tolle Idee. Ich muss mal kurz gucken, ob ich den Mod installiert hab, der die Brücke hier schön macht. Weil das find ich, find ich gut. Ja, zumindest repariere die Brücke. Schön ist vielleicht was anderes, aber, ähm... Äh, what the... Naja, Scrap-everything-Mod brauchen wir. Na gut. Aber den haben wir jetzt nicht. Aber gut. Äh, schauen wir mal noch weiter. Ah ja, warte mal. Hab ich nicht, hab ich nicht auch schon bei der Red Rocket Station was gebaut? Weil war nicht mein Plan, dass ich die Red Rocket Station und Sanctuary fusioniere? Zumindest hab ich diesen Plan, glaub ich, irgendwann mal geäußert. Dass durch ne, durch ne Werk, durch ne Werkbank, die man durch den Place, äh, oder Workbench, oder... Irgendwie gibt's halt, äh, Werkbänke, die man beliebig platzieren kann und dadurch überall Settlements erschaffen kann. Und durch so ne Werkbank dazwischen, könnte man, äh, Red Rocket Station und Sanctuary verbinden und ein großes Settlement draus machen. Ihr seht schon, ich arbeite darauf hin, dass die PS4 möglichst bei jeder Baustelle sofort crasht und explodiert. Aber bevor die PS4 nicht abbrennt, ist mein Settlement nicht fertig. So ist das halt. Kann man nix machen. Ja, ja, genau, hier hab ich auch schon. Ein bisschen. Aber hab ich nicht. Ich bin mir, doch, doch, genau, guckt, hier oben. Ja. Ein paar Häuschen auf dem Dach, genau. Ach ja, auch hier könnte man mit dem Place Anywhere Tool, ah, so schöne Sachen machen. Ah, wird das toll. So, was haben wir denn noch? Hier ist das. Die Abernethy Farm. Da hab ich irgendwas Großes gebaut. Ich bin mir nicht mehr sicher, was. Da ist eine große Baustelle, die aber zu nix geführt hat. Was wollten wir da gleich nochmal machen? Oh, warte mal. Ein bisschen unterhalb der Abernethy Farm ist ja... Oh ja, da ist ja die Patreon Hall of Fame. Na, wenn wir jetzt schon wieder Let's Builds machen, dann werde ich wohl auch mal die Hall of Fame aktualisieren. Und feierlich eine Folge damit beginnen, dass wir die neuen Patreons auf der Tafel begrüßen. Das machen wir. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade für alle Patreons, die quasi nach der letzten Folge und der aktuellen, also nach den alten Folgen und vor den neuen Folgen quasi Patreons waren und dann nicht mehr sind. Weil die kommen nicht mehr in die Hall of Fame, weil ich deren Namen nicht mal mehr habe oder so. Aber naja, so ist das Leben manchmal eben. Aber ja, guckt es euch an. Uh, schon fancy geworden, ne? Und war echt ein Riesenscheiß, das zu bauen. Die Treppen hier, ich kann mich erinnern. Ich habe mich nämlich verzählt, deswegen sind hier überhaupt Goldtreppen drin. Das war furchtbar. Ach ja, da sind sie. Die Helden der Frühzeit. Echt super, super cool und schön zu sehen, dass viele von den Namen auch heute noch Patreons oder auch zumindest Teil der Community sind. Aber das ist schon echt super cool hier. Oder das ist, ah, so nostalgisch. Schön. Wie viele Namen sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sagen wir mal ungefähr knapp 30, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Manche von denen sind nicht mehr da. Ja, ich glaube, wir müssen die Tafel vergrößern. Naja. Weil, naja, hier könnte man noch eine Reihe Namen machen, wenn sie kurz sind. Aber hier wird es schon eng. Ha, kriegen wir schon hin. Stimmt's, Ladies? Was machst denn du hier? Bist du der Wächter? Der Museumswächter Ethan. Okay, Ethan, ich überlasse dir hier die Fürsorge. Polier die Tafel bitte mal ordentlich. Da kommen bald neue Namen drauf. Aber polier sie nicht zu ordentlich. Wir wollen noch was lesen können. Hey, hier könnte man aber ein bisschen verschönern, theoretisch. Die Goldtreppen könnten raus. Jetzt mit dem Place-Anywhere-Mod könnten wir hier nämlich schöne Treppen reinglitschen. Das sind hier übrigens gar keine Treppen, sondern ich habe mit einem ziemlich coolen... Ist es ein Glitch, ein Exploit vielleicht, ein Baumodus-Exploit, äh, Blöcke so angeordnet. Ich könnte euch nicht mal mehr sagen, ehrlich gesagt, wie der genau funktioniert. Aber der ist ja nützlich und sehr cool. Ja, ja, ja. Da kommen alte Erinnerungen hoch. Das ist schön. Ich glaube, hier haben wir in der Farm selbst gar nicht viel gemacht, oder? Die Betten-Situation. Was? Hey, wie geht es dir? Was? Mir geht's gut. Was? Wer? Ach ja, das ist auch ein netter Mod übrigens. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Die Siedler haben Namen. Der macht sonst nicht viel. Aber die Siedler haben jetzt Namen. Die sind jetzt nicht nur einfach Siedler. Und so sind die heißen jetzt... Schorsch und... Friedrich... Und... Hellington... Beppo... Zum Beispiel. Vielleicht. Wer weiß. Was ist going on? Okay. Na gut. Okay. Cool. Hey, ich hätte es... Gut, dass wir hier waren. Ich hätte es vergessen. Sans, da haben wir, glaube ich, nichts gemacht, ne? Ich glaube nicht. Okay, es wird Zeit. Greygarden. Ich glaube... Ich glaube wirklich, die meiste Zeit der Let's Plays waren wir schon... Äh... Hier. Wünscht mir Glück. Das wird eine spannende Ladezeit. Mal schauen, ob die überlebt. Ob das Spiel das überlebt. Ich kann mich erinnern, dass wir sehr oft... neben der Vault uns hin teleportiert haben. Also die Schnellreise an den nächstgelegenen Ort gemacht haben. Damit wir dann zu Fuß zur Vault gehen können. Weil bei Schnellreisen das Spiel ständig abgestürzt ist. Hahaha. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab die alte PS4 schon echt geschunden. Kein Wunder, dass die so laut und heiß geworden ist. Hahaha. Erst... Die Lüft... Lüftungsschlitze voller Katzenhaare. Und dann alles rausholen aus dem armen Prozessor. Ach ja. Die ist jetzt im Wohnzimmer in Pension. Und ist ab und zu noch als Blu-Ray-Player im Einsatz. Die hat's... Die hat's geschafft. Die hat's hinter sich. Hahaha. Oh. Das sieht nicht gut aus, ne? Das sieht nicht gut aus. So ein einfrieren im Ladebildschirm. Oh, 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 oh. Ich hab zu früh gesprochen. Der Bildschirm wird schwarz. Äh. Jetzt ist die Frage. Wird er blau? Oder wird er... Äh... Fallout-Farben? Er wird blau! Wer hat mein Blue Screen? Der erste Blue Screen. Nach 48 Minuten. Ja, das Spiel ist schon zweimal eingefroren. Aber da war kein Blue Screen zu sehen. Der... Ein... Ein Blue Screen erst. Ich mein immerhin. Ich hätte mehr erwartet in der ersten Folge bis jetzt. Haha. Versuchen wir's nochmal. Ich versuch's nochmal mit ne Schnellreise. Und wenn's wieder nicht geht, machen wir's wie früher. Irgendwo anders. Hingehen. Also irgendwie in die Nähe teleportieren. Und dann latschen. Den Weg. Hahaha. Oh Mann ey. Und das ist nur die Außen. Das ist die... Also... Na, das ist nur der Außenbereich der Vault. Der Innenbereich der Vault ist das echte Problem. Hahaha. Oh Gott. Hey, okay. Aber Sanctuary restaurieren. Ne, ein kleines nettes Settlement. Ähm. Nix. Total over the top. Irres. Zumindest für den Anfang. Das ist ne gute Idee. Und dann, wenn Sanctuary echt fertig ist. Und wir sagen, wow, das sieht jetzt echt cool aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Dann verbinden wir wirklich mit ne extra Werkbank. Die Red Rocket Station mit Sanctuary. Machen ne Metropole draus. Solang bis alles komplett zusammenbricht. Das ist doch ein cooler Plan. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch was anderes. Ich könnte eigentlich, glaube ich, einfach auf weiter drücken. Ja. Chilliger Beat. Achso, da laufen jetzt aber zwei Beats übereinander. Mach ich mal den Beat kurz aus. Während wir Fallout Musik hören. VR-Werkstätte bietet mit unbegrenzten Ressourcen und vielen weiteren Funktionen ein ganz neues Bauerlebnis. Was? Alter, zu dem Gegner-Spawner. Für ganz eigene Begegnungen. W-wann ist denn das Update gekommen? Was? Wirklich? Es gibt jetzt unbegrenzte Ressourcen und Gegner-Spawner. Aha. Das ist mir neu. Da muss man mal gucken. Hey, ich schwirze das Spiel jetzt schon vor dem Ladebildschirm ab. Oder wie? Habe ich tatsächlich auch schon ein, zweimal erlebt. Und es sieht ganz so aus. Wow. Wir müssen sehr stark sein, Leute. Wir alle. Wir alle müssen sehr stark sein, wenn wir das durchziehen wollen. Denn, ja, mit meiner Weltreise reiht sich das Ganze jetzt momentan schon aus. Aber das wird häufiger passieren. Wenn nicht, vielleicht sogar Standard. Vielleicht haben wir in einer einstündigen Folge ab und zu mal 10 Minuten am Stück Gameplay. Aber dann haben wir schon Glück. Nein, ich übertreibe. Ich glaube wirklich. Wenn wir in Sanctuary gemütlich für uns hinbauen und ordentlich viel speichern. Oh Gott, ich muss so viel speichern. Ich vergesse immer das Speichern. Dann wird alles gut. Glaub mir. Ja, alles wird ganz wunderbar. Ja. Come on, Spiel. Nee, okay. Ja. Okay. Puh. Oh Gott, oh Gott. Hey, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das Ganze am PC zu installieren und zu starten. Das Problem ist, ich habe hier auf der Playstation 4 schon meine Mods zusammen. Ich weiß, wie die Mods funktionieren. Ich habe die ganzen Baustellen, die ich mir sowieso nochmal anschauen wollte und so weiter. Aber vielleicht wäre es eine gute Idee, oder? Das doch nochmal auf dem... Aber ich habe auch keinen Platz. Ich habe auf meinem leistungsstarken Rechner, auf dem Festplatten, keinen Platz, weil alles voller Videos ist. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Das sind teilweise Streams, die noch umgewandelt werden müssen. Das sind Let's Plays, die jetzt mit sehr hoher Videoqualität aktuell aufgenommen werden, die teilweise riesig werden. Das ist einfach alles nicht mehr... Also ich habe keinen Platz für das Spiel. Das Spiel ist riesig. Und dann noch die Mods dazu. Das geht einfach nicht. Deswegen würde ich schon lieber auf der Konsole bleiben. Wenn es geht. Ich meine, dieses Jahr ist jetzt natürlich die wahrscheinlich Playstation 5 eine Investition für den Kanal, die ich auf jeden Fall tätigen muss. Aber danach werde ich wirklich sparen für einen zweiten leistungsstarken Rechner. Denn mein jetziger Zweitrechner ist mittlerweile wirklich alt. Der kann gerade noch so Videos aufnehmen, wenn ich eben den Erstrechner mal zum Spielen benutzen muss. Aber eigentlich schon nicht mehr. Wirklich jetzt. Der macht mir sehr viele Probleme. Der muss ausgemustert werden. Und wenn ich dann zwei leistungsstarke Rechner habe, wenn dann quasi der Laptop hier wirklich nur noch zum Aufnehmen genutzt werden kann, weil der neue Rechner zum Gaming-Rechner wird, dann habe ich diese Probleme nicht mehr. Aber das ist halt eine finanzielle Sache. Und ihr wisst, das ist ein kleiner Kanal, der hauptsächlich vom Community-Support lebt. Das geht halt, also das ist halt unrealistisch aktuell oder unmöglich, besser gesagt, einfach so viel Geld auszugeben. Weil wenn, dann will ich jetzt auch für den nächsten Rechnerkauf keine Kompromisse mehr machen. Das muss dann einfach ein ordentliches Gerät sein. Der Gerät. So, deswegen, ich mache jetzt doch nicht, wie angekündigt, nochmal eine blöde Spritztour, nochmal zu Bolt, wahrscheinlich wieder abstürzen und so. Sondern wir reisen zu anderen Dingens und Kirchen und... Was? Wo? Das Trinken aus einer Wasserquelle ist immer eine Frage der Taktik. Was? Bitte? Oh Gott, ey. Der Wahnsinn. Achso, warte mal, ich mache uns wieder Musik an. Oh yeah. Der Swag. Das ist am Swaggen, Dude. Äh, ich muss mich mal orientieren. Wo bin ich? Wo müssen wir hin? Wo ist die Vault? Da ist die Vault. Warte mal, ich sollte nicht sprinten. Gehen wir lieber. Ich speicher mal. Alles ganz chillig. Ach ja, genau. Ich kann mich erinnern. Wir hatten echt teilweise ein Problem mit der Annelie hier. Weil die ist zwar ein Level 120 Charakter und alles. Aber dadurch, dass ich die Figur schon seit Ewigkeiten nur noch zum Baum benutze, hat die, glaube ich, gar keine Waffen oder zumindest kaum Waffen dabei. Und wenn man dann irgendwie bei diesen Wegen, die man teilweise gehen muss, an irgendwelchen Gegnern vorbeikommt, dann kannst du mal vorkämmen, dass die Kämpfe ewig dauern. Die könnten mich nicht töten. Aber ich die auch nicht. Ein Kampf der untoten ewigen Giganten oder so. Aber wir sind eh schon da. Das ist schon Teil des Vorhofs der Vault. Die ist mittlerweile groß geworden, der Vorhof der Vault. War am Anfang noch ein kleiner, netter Garten. Ist sie jetzt... ziemlich irre groß geworden. Ach ja. Schon ist der Baum halt. Der Baum macht sich halt gut. Ich glaube, ich habe hier außen nicht sehr viel gemacht, eigentlich. Aber der Baum rockt. Und der Raum borkt. Yeah. Jetzt muss ich mal gucken, weil vor allem die Garage hier... Ach so, hier kann ich nicht aufmachen. Wie kommt man denn in die Garage? Ich glaube, wir müssen da runter und außen rum gehen. Ja, ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Stinkie Suppe. Stinkie Suppe. Hey, wir hatten hier die Tür aufgelassen. Ist aber nicht sehr sicher. Ah ja, der Fuhrpark. Genau. Und das Dach haben wir auch noch. Stimmt. Bisschen vollgestellt. Wenn da mal der Panzer hier raus muss, zum Beispiel. Dann muss die... Oh Gott. Und dann noch die Container. Da muss alles erst mal rausfahren vorher. Also nicht sehr gut organisiert. Aber mein Gott. Wir müssen halt mit dem Platz arbeiten, den wir haben. Warum parken die Mopeds nicht ganz hinten? Die können doch alles sich durchschlängeln. Verdammt. Aber wo soll man in diesem Ödland schon hinfahren? Ich meine wirklich. Mit dem tiefer gelegten Cabrio kommt man keine zwei Meter. Und schon hängt man irgendwo. Ah ja, genau. Und hier ist unser Chat. Unser Tarnkappenbomber. Naja, ich weiß nicht genau. Unser Retro-Chat-Dingens. Die Landebahn ist schon echt kurz. Oder die Startrampe ist echt kurz. Weil da vorne schon die Treppe losgeht. Und ein Geländer hier ist. Das ist, ich meine, sicher für Fußgänger. Nicht so sicher für das Chat. Das muss echt schnell in die Luft kommen. Das Landen stelle ich mir noch schwieriger vor. Aber hey, wir können das. Wir sind halt so pro. Wir brauchen nicht so viele Landerampe. I'm so pro. Ach ja, ich habe hier eine komplette Mauer um das Gebiet gebaut. Mit Türmen. Mit Ausgucktürmchen und so. Das war schon ein irres Projekt, ne? Das war schon cool. Oh, und jetzt kommt's. Vault 88. Ich habe die erst letztes Jahr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich es geschafft, mit ganz viel Neuladen und ganz viel Vorsichtig und Langsam Gehen so viele NPCs rauszuwerfen aus der Vault, dass man die tatsächlich wieder betreten konnte. Schauen wir mal, ob sie jetzt auch wieder funktioniert. Die würde ich mir schon gerne nochmal anschauen. Das wäre ganz... Nois. Wenigstens so ein bisschen. So eine kleine Tour. Ich kann mich eh noch ganz gut dran erinnern, weil ich glaube, wie gesagt, die letzte Tour war Anfang letzten Jahres. Also ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her. Die habe ich noch ganz gut im Kopf. Aber... Da hätte ich so gern noch so viel mehr gemacht. Aber das geht einfach wirklich nicht mehr. Die Baustelle ist tot. Gerade mit dem OC-Decorator. Ein Mod, mit dem man wirklich alle Objekte im Spiel als feste Objekte platzieren kann. Dass die nicht umgeworfen werden können. Nicht von NPCs umgeworfen, umgerannt werden können. Und dass sie nicht einfach umfallen oder durch den Boden durchglitschen, wie man es oft kennt. Allein wegen dem Mod könnte man so viel, so geil dekorieren. Aber die Hardware macht nicht mit. Beziehungsweise vielleicht auch wirklich die Engine, die Software. Es kann schon sein, ich weiß nicht. Blue Screen! Der zweite in der Folge. Zwei Blue Screens in der ersten Folge. So Crash ist, wenn ich das Spiel einfach neu starte, weil irgendwas zu lang dauert. Zählen wir mal nicht mit. Wir haben in der ersten Folge zwei Blue Screens. Ich glaube, das können wir toppen. Naja, machen wir Schluss mit dieser Folge für heute, Leute. Ich würde sagen, übermorgen. Ich würde sagen, früher habe ich ja die auf dem alten Kanal, auf dem Hauptkanal, muss man jetzt glaube ich sagen, habe ich ja die Patreon Specials immer möglichst hintereinander gebracht. Ich glaube, das will ich jetzt nicht mehr so machen. Ich glaube, wir machen das jetzt so, dass die Patreon Special Videos, die extra langen Videos, so wie dieses hier, die jetzt hauptsächlich aus Blue Screens und Ladebildschirm bestehen, aber gut. Dienstag und Donnerstag mal so anpeilen und schauen wir mal, ob das funktioniert. Und genau, das heißt vorausgesetzt, ja doch, ich denke mal übermorgen, Donnerstag, gibt es dann das zweite Video. Und dann weiß ich nicht, ob wir nochmal versuchen, uns die Vault anzuschauen. Ich glaube, bevor ich die Aufnahme starte, versuche ich vielleicht in die Vault zu kommen. Und wenn das geklappt hat, starte ich die Aufnahme. Und dann könnten wir vielleicht wirklich Sanctuary bauen, ähm, schön machen. Machen wir aus Sanctuary Pümpelhausen. Deluxe. Würde ich sagen. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Oh Gott, ey. Es ist eine Katastrophe. Aber es macht auch irgendwie echt Spaß. Und, äh, genau. Schauen wir mal, wie es Donnerstag läuft. Schauen wir, wie es läuft, wenn wir wirklich einfach an einem Ort bauen. Und nicht die Welt bereisen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel dann sehr viel stabiler läuft. Hoffen wir mal. Ich bin auch gewillt, noch ein paar Mods rauszuhauen. Weil eventuell sind auch die bestimmt mitverantwortlich für die, für die mangelnde Stabilität. Ähm, bestimmt auch zu einem großen Teil natürlich die platzierten Objekte, die einfach jeden Rahmen sprengen. Aber vielleicht auch einfach schon allein die Existenz von manchen Mods, die zu Konflikten führen. Man weiß es ja immer nicht. Bei so schwer gemoddeten Spielen, da kann viel im Hintergrund passieren, das man gar nicht so mitkriegt. Vielleicht werde ich da auch noch ein bisschen ausmisten. Habe eh schon viel ausgemistet. Aber vielleicht noch ein paar Mods, die man nicht unbedingt braucht. Und dann hoffen wir mal, dass das ein bisschen stabiler wird. Ich glaube, nach und nach, Folge für Folge, wird es besser. Hoffen wir mal. Zumindest. Danke fürs Zusehen. Und danke natürlich an meine Patreons für den Support. Und dass ihr mich dazu verdonnert habt, diesen Scheiß hier wieder zu spielen. Und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen wieder. Macht's gut. Oh, das ist ein gutes Lied für den Schluss jetzt. Lass ich noch ein bisschen laufen. Ciao. Ah, schön. Wann habe ich denn Battlefront 2 mal wieder gespielt? Angeblich nach No Man's Sky und Jurassic World beim 24 Stunden Stream. Könnt mich nicht erinnern, dass ich das mal nochmal gestartet hatte. Komisch. Momentan habe ich das mal wieder gespielt. Habe ich ein Season Pass für Monster Hunter gekauft? Oh, jetzt starte ich das Spiel. Ne, ne, genau. Das ist schon gut. Ich habe angeblich Iceborne. Ah. Mir tun einfach die Monster zu leid in dem Spiel. Macht mir keinen Spaß, wenn mir die Monster so leid tun. Earth Defense Force, bestes Spiel überhaupt. Könnt ihr alles andere, wenn ich mir ein Spiel aussuchen müsste, das ich für den Rest meines Lebens spiele, hier von der Festplatte. Und alles andere wird für immer gelöscht. Earth Defense Force. 4 oder 5? 4.1 oder 5? Das ist die Frage. Da streiten sich die größten Geister der Geschichte. Eine Frage, die man wohl nie eindeutig beantworten wird. Ich zähne dir zu 4.1. Die Frösche in 5 sind super, aber die sind einfach keinesfalls für die Hectors. Ich liebe Hectors. Ohne Hector ist Earth Defense Force nur maximal 87% so cool. Immer noch sehr cool, aber 13% fehlen halt zur Perfektion. Naja. Jetzt ist aber Schluss. Ich lasse die Musik noch ausfaden, dass der Schlusscut nicht so hart ist. Und dann sage ich, lebt wohl und gute Nacht. Ciao. Und dann sage ich, lebt wohl und gute Nacht.